Willkommen zurück, ja was gibt's groß zu sagen? Steuerekämpfer, Biowaffen, Kontrollpunkt. Weiter geht's. Das ging schnell? Nein! Warum machst du das? Jetzt mal im Ernst, warum? Warum? Nein wirklich, warum? Wehe du! Also geht doch. Mann, aber habe ich den doch extra zurückgedreht. Und ich glaube, das ist einfach in die Richtung zurückgelaufen, die die Kamera dann umgeschwenkt hat. Wo kommst du denn her? Jetzt mit einem Doppelichtshred sind sie doch irgendwie einfach geworden. Wie da? So. Hat sich das hinbewegt? Ich weiß nicht mehr. Ach, was soll's. Hui. Ah. Hm. Hm. Wow. Oh. Das wird jetzt bitte schwer geworden. Wow. 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 So. Gidi. 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 nein oh mein gott ja oh mein gott was war denn das was war der der ist geschockt das licht schwarz rachtet aus das war ein toller fußkick hast du Angst vor mir ja so das war der typie heilen bitte dankeschön oh oh pew 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 und tot ja jetzt kommt der typie wieder was ist deren problem eigentlich was ist deren problem eigentlich und warum hat er zwölf auf mich gewartet und nicht hier den fein bekämpft oh warte mal lustig ich wusste es cool erstens was war das für ein move und zweitens was war das für eine reaktion von mir weg ja jawoll sehr gut sehr gut du kannst dich nicht ewig verstecken wer ist denn da jetzt noch moment erstmal sauge ich energie und munitionsenergie ah ich bin voll hast mich gerade irgendwie beleidigt oh lol was hat das für ein geräusch nicht entkommen bekämpft nicht entkommen bekämpft getötet oh oh und ich bin da unten toll ja tut mir leid ich bin runtergefallen verschwinde von hier ich bin stärker als du du hast einen interessanten move das gebe ich zu wow ein vierdimensionaler kampf was hast du denn dran ja der moves nein 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 was ist denn da gerade passiert oh man ich bin wieder hier oh man was war der ja banfa denn schatki banfa denn schatki banfa denn schat anál ja ja Nein, lau hier! Hä? Ah, es geht doch. Ah, Leben! Und Muni! Und den Lekithel! Alles in Ordnung. Wie ist der? Ich habe keine Ahnung. Wer ist denn wohl? Deine Mutter. Ey, komm her! Wo bist du? Kommst du? Mach dir rüber. Boah, der macht echt krasse Moves. Du stirbst einen ehrenhaften Tod. Du stirbst einen ehrenhaften Tod. Du stirbst einen ehrenhaften. Du stirbst einen ehrenhaften Tod. Schwindel von hier! Wow! Actionreich! Gut, das waren die. Die. Der wieder. Das war der. Der Jedi ist entkommen. Das war der. Ich dachte schon, ich habe ein Double-Zill gemacht. Warum tatsächlich nicht? Ah, also. Ich dachte, die Jedi wären stark. Muss ich hier Macht haben, um diese coolen Moves machen zu können? Hol mich doch, Jedi! Ja, scheinbar. Okay. Oh, 10 Minuten schon. Hmm. Ich mache noch den Turm fertig und dann ist... Wow. Und dann ist Folgenende. Ich warne schon mal voraus. Oh. Okay, das möchte ich sehen. Ragnos ist tot. Außer du stehst in direktem Kontakt mit ihm. Und was machen die da eigentlich? Oh. Achtung, Maske tragen, Corona. Soll ich die Party sprengen? Ich beichere mal, weil das so lustig aussieht. Was hast du denn, Drach? Das war der Turm, jetzt geht es hier weiter, glaube ich. Das war der Turm, jetzt geht es hier weiter, glaube ich. Genau. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ich bin wieder. Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Folge.